Heute geht es mal nur um den Wahrheitskongress, an dem Professor Sucharit Bhakti und Samuel Ecker teilnehmen und die nextscientistsforfuture.de, wobei es da ganz viel auch um die Parteien geht, um die neue große Volkspartei. Die nextscientistsforfuture.de beraten ja ein Orga-Team der Partei wir2020-partei.de und eben den Link finden Sie direkt zum Wahrheitskongress, finden Sie direkt in der Infobox als erstes unter dieser Sendung. Und ja, nur ganz wenig Kurznachrichten heute sozusagen. Bei GMX wird eben wieder der Beweis durch McDonald's gemacht. Was meine ich mit dem Beweis durch McDonald's? Ja, man befragt McDonald's, wie sieht die Lage aus? Wie sieht gesunde Ernährung aus? Wie sieht diese Lage in der Ernährungssituation aus? Und dann antwortet McDonald's natürlich ganz im Sinne seines Unternehmens und seiner Profite. Und so wird jetzt eben die Medizinbranche befragt. Ja, wie sieht denn die Lage bei Corona aus? Und die antwortet natürlich ganz im Interesse ihres Unternehmens, ihres Profites und ähnlicher Dinge. Und das ist, nenne ich mal, den Beweis durch McDonald's. Also das heißt, es wird sozusagen, man kann das schon als eine Art Hörigkeit gegenüber der Pharma-Impf-Test, Masken-Virologie-Medizin-Industrie betrachten, in dem sich die Welt befindet. Ja, ich muss doch nachprüfen, ob mir die Medizinindustrie, die Pharma-Industrie, die Krankenhaus-Industrie nicht irgendwie Irrtümer oder Unwahrheiten erzählt. Ob sie nicht sozusagen, da sie doch unmittelbar profitiert an der Sache, ob sie da nicht Interessen dran hat. Ja, und dann sei nur ganz kurz erwähnt, dass wir also noch einmal haben, wir haben in der Welt zwei riesige Großangriffe. Natürlich haben wir immer auch den Großangriff der Sparte, Rüstung und Waffenindustrie. Ja, da haben wir natürlich immer einen Großangriff auf die Welt. Aber im Moment tobt ja der Großangriff der Gesundheitssparten auf die Welt und wer es immer tobt, ist der Großangriff der Sozialsparten. Sozialsparten sind die Berufe, die sich, die an der Parallelgesellschaft der Arbeitslosen, der Obdachlosen, der Kriminellen, der Migranten, der Asylanten und so weiter, gut leben und daran Karriere machen. Und die verbreiten lauter vorteilbringende Irrtümer, Killerviren des Geistes, parasitäre Meme in der gesamten Welt. Und letztendlich wachsen sie immer weiter und mit ihnen auch die Parallelgesellschaften der Ausgegrenzten und der, ja, sozusagen, wachsen immer weiter. Deswegen also die größte Gefahr vielleicht für die Menschheit sind die Sozialsparten und deren vorteilbringende Irrtümer. Obwohl wir ja im Moment schon sehen, dass auch die Pharma- und Medizinindustrie-Sparte sozusagen auch sehr gut mit ihren vorteilbringenden Irrtümern hinlangen kann. Das sehen wir ja jetzt ja ganz deutlich. Aber ich würde die Sozialsparte als noch viel schlimmer einschätzen. Ja, und dann eben, gerade eben, weil die Sozialsparten natürlich auch so etwas bringen, sozusagen, ja, dass die uns wirklich solche vorteilbringenden Irrtümer gebracht haben, mit denen wir Massenarbeitslosigkeit erhalten haben, nämlich sowas wie Mindestlöhne, Tariflöhne, Gewerkschaften, Berentung, Zwangsberentung, auch wenn der Mensch gar nicht berentet werden will und so weiter, ja. Also das sind doch alles Dinge, die die Menschen aufs Abstellgleis stellen und dann eventuell betreuungsbedürftig machen durch die Sozialspartler, ja. Also das heißt, was eine gute Sozialpolitik besteht aus einem Mindesteinkommen, wie es Professor Dr. Hans-Werner Sinn, der berühmteste Wirtschaftswissenschaftler, Ökonom Deutschlands, nennt. Das ist doch der richtige Weg und nicht überall sozusagen die Erzeugung, die unsoziale, höchst unsoziale Erzeugung von Massen, von Arbeitslosen, Obdachlosen und so weiter. Und Rentnern, die nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen können, weil sie eigentlich gar nicht berentet werden wollten und so weiter. Eigentlich hätten sie mit einem kleineren Einkommen gerne weitergearbeitet, aber das hat eben das nicht zugelassen, ja. Also noch einmal, unsere Empfehlung, Wahrheitskongress mit Professor Bakhti, Samuel Eckert und mit den Next Scientists for Future als den externen Reformern der zukünftigen neuen großen Volkspartei. Bitte unbedingt schauen und direkt der Link in der Infobox hier drunter. Ja, tschüssi, bis bald.